Folgende Situation. Ihr habt ein rechtliches Problem, das kriegt ihr selbst nicht gelöst und deswegen sucht ihr früher oder später einen Anwalt oder eine Anwältin auf. Jetzt stellt sich aber die Frage, für viele jedenfalls, wie finde ich für mich den oder die Richtige und kann mir jeder helfen oder brauche ich vielleicht doch Spezialisten? Diese Fragen möchten wir euch heute ein wenig näher bringen und wünschen euch viel Spaß beim Video. Wenn man zum ersten Mal ein rechtliches Problem vor der Nase hat und selbst nicht so ganz genau weiß, wo will ich eigentlich hin und zu wem soll ich da überhaupt gehen, dann kann es sehr, sehr hilfreich sein, als allererstes Mal Freunde, Familie oder andere Bekannte zu fragen. Einerseits kennen die natürlich euch. Das heißt, die wissen, wie ihr tickt und auf welchen Anwalt oder welche Anwältin ihr positiv oder negativ reagieren könntet. Darüber hinaus kann es sein, dass eure Verwandten oder Freunde mit einem Anwalt oder einer Anwältin schon gute Erfahrungen gemacht haben. Etwa weil das gleiche oder ein ähnliches Problem schon positiv abgeschlossen wurde. In diesem Fall kann es sein, dass eine erste Nachfrage bei Familienmitgliedern oder Freunden schon zu einem ersten Ergebnis führt. Eine weitere Möglichkeit, die ihr nutzen könnt und die ganz häufig auch von Mandantinnen und Mandanten genutzt wird, ist eine Bewertungswebseite. Dort könnt ihr von Dritten, also nicht von Freunden und Familien, ganz subjektiv selbstverständlich Meinungen von anderen über die jeweiligen Anwälte einholen und dort sehen, wie sie in der Vergangenheit gearbeitet haben. Natürlich ist das nicht immer repräsentativ und ein wenig mit Vorsicht zu genießen, denn es kann beispielsweise auch mal sein, dass eine Sache vor Gericht in die Hose geht, was allerdings dann nicht an den Anwälten, sondern einfach an anderen Rechtsauffassungen des Gerichts liegen kann. Aber im Großen und Ganzen gibt diese Bewertungswebseite schon mal einen guten Einblick. Das ist natürlich aber auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, wenn es darum geht, den für euch passenden Anwalt zu finden. Ein ganz wichtiger Aspekt kann in einzelnen Bereichen ein Fachanwaltstitel sein. Den gibt es nicht überall, also es gibt ganz bestimmte Bereiche, da gibt es das, insbesondere in sehr spezialisierten Rechtsgebieten. Und daher könnt ihr auch nicht darauf vertrauen, dass jeder, der keinen Fachanwaltstitel führt, nicht vielleicht euer Problem auch lösen könnte. Aber in diesen spezifischen Bereichen bedeutet der Anwaltstitel, der nur nach einer Prüfung, einer zusätzlichen Prüfung und mit regelmäßigen Fortbildungen getragen werden darf, dass der Anwalt oder die Anwältin sehr spezialisiert auf diesem Gebiet sind und damit im Zweifel euer Problem gut gelöst bekommen. In diesen ganz speziellen Fällen ist es vielleicht auch eher unangebracht, auf Alleskönner zu setzen. Und da kommen wir dann auch noch auf einen weiteren Aspekt, der für eure Anwaltswahl durchaus entscheidend sein kann. Nämlich die Größe oder eher die Spezialisierungen der Kanzlei, die ihr sucht. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt einige Kolleginnen und Kollegen, die spezialisieren sich in Kanzleien auf ein oder zwei Rechtsgebiete. Alle, die in der Kanzlei tätig sind, machen genau das und können das natürlich in dem Fall dann auch besonders gut. Gut, das kann für euch ein großer Vorteil sein, aber es kann auch dazu führen, dass ihr im nächsten Fall wieder eine neue Kanzlei suchen müsst, wieder einen neuen Vertrauensanwalt findet und das jedes Mal, wenn ihr ein Problem habt. Das kann natürlich sehr ärgerlich sein. Deswegen gibt es auch Kanzleien, die zwar viele Anwälte beschäftigen, aber die einzelnen Rechtsgebiete untereinander aufteilen. Das bedeutet dann, dass jeder Anwalt und jede Anwältin sein oder ihr Spezialgebiet haben, aber natürlich in den Fällen, in denen sie nicht spezialisiert sind, auf Kolleginnen oder Kollegen in der gleichen Kanzlei verweisen könnt. Das bedeutet natürlich für euch, ihr habt zentral einen Ansprechpartner. Die Kanzlei weiß, was sie an euch hat und ihr wisst, was ihr an der Kanzlei habt. Das kann selbstverständlich, gerade wenn ihr viele Rechtsthemen habt und ganz häufig ganz unterschiedliche Fragen stellen müsst, ein großer Vorteil sein. Ein weiterer Punkt, den ihr durchaus berücksichtigen könnt, ist etwa, wenn ihr bislang mit Anwälten zusammengearbeitet habt, die aber in dem Bereich, den ihr gerade benötigt, nicht spezialisiert sind. In dem Fall kann es absolut sinnvoll sein, die mal zu fragen, wen sie denn vielleicht in diesem Rechtsgebiet kennen und wen sie da empfehlen würden. Anwälte und Anwältinnen kennen sich in der Regel gerade in kleineren und mittleren Städten untereinander und so kann es immer wieder vorkommen, dass ihr, wenn die eine Kanzlei ein bestimmtes Spezialgebiet nicht bearbeitet, die dann wiederum Kolleginnen und Kollegen kennen, die ähnlich ticken und eure Spezialfragen dann beantworten können. Eine Frage bei Kolleginnen und Kollegen ist dabei nie falsch. Ein weiteres wichtiges Kriterium für euch kann natürlich auch die Webseite der Kanzlei sein. Wenn die seit 20 Jahren nicht mehr gepflegt wird oder gar keine existiert, dann kann das natürlich auch schon ein K.O.-Kriterium sein. Gut gepflegte Webseiten geben euch dafür einen Eindruck von der Kanzlei und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So ist es beispielsweise in vielen Kanzleien so, dass die Personen, mit denen ihr zusammenarbeiten werdet, die also eure Vertrauenspersonen sein sollen in den einzelnen Fällen, auf der Webseite schon mit Foto zu sehen sind. Das bedeutet für euch, bevor ihr in einen Termin geht, wisst ihr schon in etwa, welche Person euch erwartet. Natürlich nicht zwingend die Persönlichkeit, aber ihr habt zumindest schon mal einen ersten Eindruck von den Anwältinnen, den Anwälten und natürlich auch dem sonstigen Kanzleipersonal. Wo wir gerade vom ersten Eindruck sprachen und dem Vertrauen, dass ihr gewinnt, wie wichtig ist es aus unserer Sicht eigentlich vor Ort zu sein, beziehungsweise wie wichtig muss es für euch sein, dass eure Kanzlei vor Ort ist. Das hängt ganz vom Rechtsgebiet ab. Im Urheberrecht beispielsweise ist das aus unserer Sicht gar nicht so entscheidend, denn ganz oft reicht uns eine telefonische Besprechung, um den Sachverhalt erst einmal einzuschätzen und dann wird ohnehin erst einmal mit der Gegenseite oder gegnerischen Anwälten Kontakt aufgenommen. Viele Gerichtstermine sind da im ersten Moment mal nicht zu erwarten. Ganz anders kann das natürlich insbesondere in Fällen aussehen, in denen es sehr emotional wird. Beispielsweise im Familienrecht. Da müssen häufig zumindest mehrere Besprechungstermine geführt werden und auch mit einem Gerichtstermin ist es selten getan. Da wäre es natürlich absolut kontraproduktiv, wenn ihr euch Anwälte sucht, die 300 Kilometer für jeden Termin fahren müsst. Da ist es schon sinnvoll, wenn die Anwältin oder der Anwalt des Vertrauens schnell vor Ort ist und ihr zügig und zeitnah auch persönlich mit ihnen in Kontakt treten könnt. Natürlich gibt es noch viel mehr Kriterien, die euch bei der Wahl eurer Anwältin oder eures Anwalts in irgendeiner Form beeinflussen können. Aber aus unserer Sicht sind die hier geschilderten Punkte die wichtigsten Informationsquellen und können euch am besten bei eurer Entscheidung helfen, wen ihr mit eurem Fall beauftragt. Wie immer bleibt mir am Ende nur zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Wie immer bleibt mir am Ende nur zu sagen,